Heute besprechen wir, wie du in der Oberstufe Punkte in Noten umrechnen kannst. Willkommen zurück Abitur-Athleten, hier ist Leo, dein Abitur-Coach und unsere gemeinsame Mission ist dein Traumabitur. Und um dieses Traumabitur zu bekommen, ist es natürlich wichtig, überhaupt erstmal zu verstehen, was denn dieses Punktesystem soll und welche Punkte in den jeweiligen Noten zählt. Und deswegen möchte ich euch heute ganz schnell und ganz klar erklären, wie ihr das Ganze umrechnen könnt, damit ihr wieder versteht, okay, welche Punkte haben welche Bedeutung und ihr dann schlussendlich richtig durchstarten könnt. So, dazu gehen wir ausnahmsweise mal an den Schreibtisch hier. Und ich habe euch hier schon aufgeschrieben, Punktesystem Oberstufe. Beschwer euch bitte nicht, das ist meine absolute Schöne Schrift. Allein dafür könnt ihr gerne schon mal einen Daumen nach oben geben. Sieht ja hier auch echt cool aus, den Daumen so zu machen. Was ihr schon kennt vom Notensystem her, ist es 1, 2, 3, 4, 5 und da unten noch die 6. Das Ganze natürlich mit sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, es gibt noch schwach ausreichend, aber das kennt fast niemand, mangelhaft und ungenügend. Und jetzt natürlich die Frage, hey, wie kann ich das denn eigentlich in die Punkte ummünzen? Und im Prinzip ist das ganz einfach. Ihr habt diese Punktzahlen, die kennt ihr ja vielleicht auch schon. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 9, 5, 4, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 0. So, und jetzt ist die Frage, was wird denn da eigentlich gemacht? Als allererstes, um das wirklich gut zu verstehen, würde ich euch eine Sache empfehlen. Merkt euch vor allem die 14, die 11, die 8, die 5, die 2 und die 0, falls die bei euch in Frage kommt. Denn, das sind die Zahlen, die den Noten exakt zugeordnet werden können. Das heißt, eine 14 im Punktesystem entspricht genau einer 1. Die 11 entspricht genau einer 2. Die 8 entspricht genau einer 3. Die 5 entspricht genau einer 4. Und die 2 genau einer 5. Und die 0, einer 6. Eigentlich relativ einfach. Und was jetzt hier mit den anderen Zahlen noch passiert, ist eigentlich folgendes. Von der 1, wenn wir die 1 plus noch mit berücksichtigen würden, ergibt das die 15. Das heißt, die 15 ist die 1 plus und die 14 ist die glatte 1. Dementsprechend ist die 13 dann die 1 minus. Die 12 wiederum die 2 plus. Die 11, wie eben schon gesagt, die glatte 2. 2 minus 2 ist die 10. Und dann hier wieder 3 plus 9, 3 minus 7. 4 plus 6, 4 minus 4. Das ist vielleicht auch ein guter Anker, den man sich merken kann. Das ist die 4 minus, die 4 ist. Was ein bisschen witzig ist, da es nicht genau die 4 ist. Wäre einfacher. Und die 5 plus ist die 3. Und die 5 minus ist die 1. Und die 6 ist die 6. Da gibt es auch kein Plus und kein Minus. So, anhand von dieser Skala könnt ihr euch das eigentlich relativ schnell merken. Merkt euch vor allem, wenn ihr in den oberen Punktenbereichen unterwegs seid. Die 14 für die 1 und die 11 für die 2. Dann habt ihr eigentlich sehr gute Anker. Und könnt immer 1 hoch, 1 runter sofort erkennen, worum es hier eigentlich geht. Okay, was dann sicherlich auch noch spannend ist, über die man sich davor vielleicht gar nicht so viele Gedanken gemacht hat. Weil es ja nur die 6 Noten gab. Und zwar, was überhaupt benötigt ist für eine 1 plus, eine 1 minus oder eben für die 15, die 13 Punkte und so weiter. Und zwar ist das immer in 5% Stufenabschnitten. Wenn du eine 15 Punkte Arbeit schreiben möchtest, also eine 1 plus, dann musst du mindestens 95% der Anforderungen richtig haben. Das heißt 95% der Punktzahlen erreichen. Für die normale 1 90%, für die 1 minus 85% oder mehr, für die 12 80% oder mehr. Und das geht immer in 5% Schritten hier so weit runter, könnt ihr ja selbst nachschauen, wo ihr euch aktuell befindet. Und dann wichtig, hier ab schwach ausreichend bei der 4 minus. Wie gesagt, Punkte 4 ist eine 4 minus im Notensystem. Hier wird es dann ein bisschen anders. Das 39%, 5 plus die 3 sind 33% der Punkte. Die 2, also die glatte 5, ist 27% und 1 Punkt 20%. Und alles darunter ist zwischen 0 und 20% und entspricht eben der 6, beziehungsweise eben den 0 Punkten. So, das ist relativ einfach. Übrigens auch das ganze System ist für alle Bundesländer gleich. Lieblings Hessen, bei Hessen, in Hessen ist es so, dass sich hier ein paar Prozentpunkte unterscheiden. Das heißt, da fängt beispielsweise hier das bei 26% an, da sind wir bei 37% und so weiter. Aber das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und dann, was vielleicht schlussendlich noch spannend ist, wenn du auch beispielsweise willst, okay, wie komme ich denn jetzt höher? Ich meine, klar, hierfür sind die Prozentzahlen schon sehr sinnvoll. Weil du weißt, okay, wie viel muss ich denn überhaupt erreichen? Aber jetzt ausgedrückt, dafür gibt es ja auch immer Sprachen, das ist immer sehr interessant, sich das auch nochmal durchzulesen. Kommen wir also zum obersten Punkt. Hier werden im Prinzip immer eure Leistungen, die ihr in der Prüfung bringt, das ist auch super wichtig als Erkenntnis, mit den Anforderungen, also dem Erwartungshorizont verglichen. Und wenn deine Leistungen den Anforderungen im besonderen, im besonderen Maße entsprechen, dann bist du hier in den oberen Kategorien. Das gilt übrigens auch schon für 13 Punkte. Selbst wenn du für manche vielleicht nur 13 Punkte hast, entspricht das den Anforderungen schon im besonderen Maße. Und jetzt wird es richtig spannend. Im Zweierbereich entspricht die Leistung den Anforderungen voll. Versteht ihr? Voll. Deswegen ist es auch manchmal so schwierig, höhere Punkte zu bekommen. Und manche Lehrer sind da auch sehr eigen und sagen, nein, 15 Punkte vergebe ich nie. Und wenn man sich das so, wie das hier ausgeschrieben ist, mal anschaut, ist das meinen Augen auch oftmals berechtigt. Einfach aus dem Grund, wenn du bei 70% den Anforderungen schon voll entsprichst, dann musst du ja richtig krass sein, weil wenn du dann, du musst ja mindestens 25% nochmal besser sein, als voll den Anforderungen zu genügen, um die 15 Punkte zu schaffen. Deswegen seid da manchmal ein bisschen nachsichtig mit den Lehrern und erhöht den Anspruch an euch selbst, wenn ihr wirklich hier 14, 15 Punkte schaffen wollt. Für die drei entsprechen die Leistungen den Anforderungen im Allgemeinen. Also eigentlich relativ einfach. Und jetzt wird es auch für die unteren Bereiche nochmal spannend. Und zwar, wenn du eine 4 oder eine 4 Plus hast, dann weisen deine Leistungen Mängel auf, aber sie entsprechen noch im großen Ganzen den Anforderungen. Wenn du eine 4 Minus hast, hast du Mängel und die entsprechen dann auch, und die ganze Leistung entspricht dann auch noch mit Einschränkungen den Anforderungen. Wenn wir dann schon in den mangelhaften Bereich zu der 5 gehen, also 3 Punkte, 2 Punkte und 1 Punkt, dann entspricht die Leistung den Anforderungen nicht. Nicht, jedoch sind die notwendigen Grundlagen noch vorhanden, um in absehbarer Zeit diese Mängel beziehungsweise diese wirklich nicht in Anforderungen entsprechenden Leistungen aufzuheben. Das heißt, selbst wenn ihr bei einem Punkt seid, bei der 5 Minus, wo ihr wirklich vollkommen Katastrophe seid, da sagt die Schule trotzdem noch, okay, in absehbarer Zeit können wir es trotzdem noch beheben. Das heißt, selbst wenn du alles, was besser ist, eine 6 ist, da kannst du noch richtig viel machen und auch ganz weit hoch hinauskommen. Deswegen verliert da auch nie die Hoffnung, wenn du mal hier was von den unteren Punkten rausbekommst und gib weiter Gas. Selbst die Schule sagt, die ja oft ein bisschen sehr konservativ ist und nicht so groß an Veränderungen glaubt, selbst die sagt oft, hey, da kann jemand noch weit nach oben kommen. Die Schule sagt nur, wirklich im ungenügenden Bereich bei den Nullpunkten, dass die Leistung und Anforderungen natürlich nicht entspricht und die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Behebung in absehbarer Zeit nicht möglich ist. Deswegen, lass mich auch hier nicht verunsichern, meine Schule glaubt oft nicht an Transformationsseize, auch hier können wir noch weit nach oben kommen, aber so krass ist wirklich die 6 beschrieben. Das heißt, wenn du irgendwo mal 0 Punkte rausbekommst, solltest du dir wirklich Gedanken machen und da wirklich ordentlich, ordentlich, ordentlich Zeit reinstecken, um da wieder hochzukommen. Aber so einen groben Überblick, ich könnte euch ja hier jetzt auch nochmal einen Screenshot machen oder wie auch immer ihr wollt. So funktioniert das Notensystem, das ist, wie es in der Oberstufe abläuft und wie ihr benotet werdet. So funktioniert das Notensystem in der Oberstufe. Ich wünsche euch ganz, 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 ganz viel Spaß bei der Punktejagd. Denk daran, so habe ich die Oberstufe irgendwann wahrgenommen, einfach nur noch einfach ein Spiel, wo du wirklich viele Punkte erzielen kannst. Deswegen starten durch, enjoyt. Ich glaub hier mal an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo. Wir sehen uns im nächsten Video.